Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von der Assassin's Creed Unity. Mal schauen, was der Kult ist. Baphomet. Ah, wieder diese Namen. Akzeptieren und nachverfolgen. Wenn ihr dem Kult von Baphomet beitreten wollt, müsst ihr zwei heilige Kelche aus der Kathedrale Notre Dame stehlen und zu mir bringen. Okay. Können wir machen. Das können wir machen. Aus der Weg, aus der Weg. Na, war das etwa ein kleiner Dieb? Lasst mich durch. Ja, okay. Habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, aber versuchen wir was von der Seite. Hoppala. Oh. War es eben nicht noch auf? Ah, hier. Ah, diese Ruhe. Warte mal, kann man... Oh, ist ja cool. Ich kann bei dem Fenster da rausgehen. Noch nicht, weil ich noch nicht knacken kann, aber ich könnte es eventuell. Was kann ich... Wie? Ah, okay. I see. Okay. 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 Ja, da kann ich... Ja, da kann ich keinen Luftatentrat machen. Das fehlt mir noch so ein bisschen. then? Zeit, sich der Gerechtigkeit zu stellen, Bürger! Boah, der ist so schwer Gegen die zu kämpfen Ahn, hör auf So läuft das hier So hast du ein kleines Trinkchen für mich Achso, ich muss ja erstmal Ich muss ja erstmal ein Trinkchen nehmen Ich war gar nicht voll Ein Feuerstein Und eine Schleife Und 3F Ich hab mir immer noch nicht angeguckt Was das für eine Geldwährung ist Ah, verdammt Das wird ein bisschen schwieriger Zumal ich ja bis jetzt immer noch nur eine Waffe habe Wird das noch ein bisschen etwas Ähm, 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 ähm Nee Ich würde, ähm Ich würde mich gerne verstecken Ja, genau das ist passiert Weil ich Aber meinen wollte Verdammt Du gehst mir nicht an, Krang Ah, okay Mit Kreiskanne, äh Nix kann die Schüssen ausweichen Interessant Komm schon Wow Einer von euch Ich hab schon wieder den falschen Knopf gedrückt Einer von euch muss doch Was für mich haben Bam Das macht er richtig Style Ist die voll Style voll Ah, du hast Medizin Das finde ich doch schön Ich dachte schon, ich müsste welche kaufen Flipp Neues Ziel Mit meinem Typen sprechen Mach ich doch gerne Weil ich hier ein bisschen asozia finde ist Hier ist eine Truhe Ja Nur ist sie nicht über mir, sondern unter mir Ist ein bisschen scheiße Weil ich keine Ahnung hab, wie ich dort hinkomme Wahrscheinlich ist das eine Truhe Zu der ich zu diesem Zeitpunkt, ähm, einfach noch nicht hinkomme Wir, wir sind ja noch so ziemlich am Anfang Ja, hier ist sogar ein Durchgang Ist ja nett Er macht mal Platz Muss durch Oh, ich glaub der Satta da gerade gestohlen Egal Ja, die rote Truhe, die kann ich ja noch nicht öffnen Oh, Pop da Na du Gut gemacht Ihr seid nun ein Anhänger von Baphome Kommt zu unserem Ritual Die Losung lautet Der Vater des Verstehens Okay Solche kleinen Erinnerungen werde ich aber nicht bewerten Also Vor allem nicht Wo wir nur gestohlen haben Da ist ja Ich würde mich aber gerne mal interessieren Da ich mal den richtigen Knopf drücke Irgendwann Reicht mehr Also wie scheint es das dann hier alles Ähm In den Beilaufenden Storylines Würde ich jetzt Einfach mal so vermuten Ich finde es auch witzig Dass dann immer dabei steht Maximalspieler Ist äh Ist okay Ah Genau So kann ich es mir dann auch nochmal angucken Da sieht man es dann Da es unterhalb ist In Fortschrittsanzeiger Achso Blödsinn Die Müsste ich eigentlich noch hinbekommen Aber ich habe keine Ahnung Ich habe echt keine Ahnung Ähm Ich finde das hier mit dieser 3D-Ansicht richtig witzig Das haben wir Auch wenn es nicht so aussieht Die Wahrzeichen werde ich mir auf jeden Fall nicht holen Wenn Das würde glaube ich zu viel Zeit kosten Ach hier ist auch nochmal eine Nomaden-Truhe Ach Gott Oh Gott oh Gott oh Gott Wir sind aber hier gerade auf der Seite Dann werden wir ja auch gleich mit dem Kult weitermachen Aus Geheimritual des Baphomet Kurz teilen Und die dort anwesenden Templer eliminieren Oh Oh Okay Baphomet hat er glaube ich gesagt So hieß glaube ich Ach ja ich wollte ja gucken was das hier ist Ist das ähm Wenn ich ins Gebäude gehe Ah Hier kann ich interagieren Oh Jetzt habe ich seine Sachen runtergeschmissen Und da ist dann Ah ok Ein Journal Hm Ok Ich habe jetzt irgendwie mehr erwartet Vielleicht sollte ich erst mal mit der Story weitermachen Damit ich vielleicht ein bisschen mehr wie Ne und so Aber Was Echt Interessiert mich nicht Hey 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 Wake up Hey Hey Ich habe nachgeforscht Ein uralter Kult Gleich hier Es ist alles dort auf dem Tisch Oh my god Warte mal Gleich hier auf den Tisch Aber der Kreis zeigt irgendwie woanders hin Dokument Ok ich kann Aha Ich kann immer wieder dort Ich habe es gleich hier auf dem Tisch Ja Und der Tisch ist nur 100 Meter entfernt Ok das sei jetzt Bekwürdig aus Wie der gesprungen ist Geht weg Ich muss weg hier Geht weg Kusch Ich will voll der Raufbold alter Bam Bam Ah Geht weg Ah Hier kommt man auch gar nicht durch ohne die ganzen Leute hier wegzukommen Oh 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 Die haben mich noch Die haben mich noch Ich laufe einfach einmal im Kreis. Das wird schon reichen. Das kommt noch! Du willst also auf die harte Tour! Slitch! Jaja... Wer hat hier wen angegriffen? Hat die gerade A-A gesagt? Oh, es ist zu grausam. Sie wurden gestohlen. Gestohlen und verkauft. Ja, aber ich kann hier leider gerade nicht weiterhelfen. Ich muss einen Tisch suchen. Einen Tisch! Hier ist keiner. Dann muss ich weitersuchen. Ist hier unten ein Tisch? Nein, hier ist auch kein Tisch. Mysterium über Mysterium. Da, da, da! Das regt mich aber gerade schon ein bisschen auf. Wo... wo muss ich überhaupt hin? Wo muss ich hier vielleicht hoch? Nein, das kann es nicht sein. Ja! Ich weiß! Oh, warte mal! Da, da, da! Vielleicht, vielleicht muss ich in den Underground. Vielleicht will er das da mit mir sagen. Komm! Ah! Na! Na! Kleiner Perversling. Ach, jetzt weiß ich, wie ich zu der Truhe komme. Oh, hier sieht es aber schön aus. Willkommen beim Kult des Parfumés. Habt ihr eine Grund, dass Sie sich bei mir halten? Oh! Darf ich euch alle umbringen? Darf ich das? Oh, ich dachte... Darf ich euch umbringen? Okay, ich steck schon weg. Ist okay, ist okay. Hui! Wo ist der Verdammt nochmal nur hin? Weiß ich nicht. Was war das? Das ist seltsam. Richtig Pussy-like. Er hat sich heilig verzogen. Meinst du? Nun bist du doch nicht einfach verschwunden, oder? Nee! Bin ich nicht? Vollidiot. So plündert man hier die Leute aus. Von da ist er gekommen. Ich dachte schon grad, wo ist der denn hier jetzt rausgepackt? Ich bin besorgt, dass sich so viele Templer unserer Gemeinschaft anschließen. Sie nehmen schon Einfluss auf wichtige Entscheidungen. Ich seh da kein Problem. Die Templer arbeiten seit Jahrhunderten mit uns. Hey, 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 ja, oh, oh, oh. Hey, hey, , Hey, hey, oh, 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 oh. Ach ja? Das sehe ich auch, so. Wenn mir den Weg geht… ...schmeisse ich auf den Boden. Und dann packe ich ihn ein bisschen am Popo rum. Und dann... Tabak. Okay. Kuschbomben. Hier ist nicht zufällig was. Nein. Oh. Nein. Nein. Ah, hier ist noch einer. Hätte ich es doch anders gesehen. Du. Bastardo. So wie es jeder verdient. So, und jetzt muss ich irgendwie zu dem grünen Punkt. Irgendwie ist gut. Oh ja, Baby. Woran erkennt ihr das unter den albernen Masken? Oh. Ja, da ist eine gute Frage. Wie erkennt er das? Hier ist auch noch seine Gasse. Wir überantworten das Leben unserer geliebten Schwester Jeanne. Dem Ruhm und der Macht von Baphomets Weisheit. Wir kamen zusammen, um dir, Jeanne, für deine Tatbarkeit zu danken. Ich übergebe meinen Körper zum Wohle der Schwestern und Brüder von Baphomet. Oh, scheiße, die lebt ja noch. Wir wissen, dein Opfer zu schätzen. Ich sehe, kann ich auch zusehen, wie er sie umbringt. Darf ich, darf ich, darf ich zugucken? Oh, kommt schon. Ich werde zugucken. Ihr werdet dir nichts antun. Ist das klar? Oh, 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 oh. Tschü, 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 tschü. Ach, ihr seid mir auch egal. Bringt es einfach rum. Dann habt ihr es hinter euch. Ne, hier gehe ich wieder hoch. Die Revolution unterdrückt den Kult der Katholiken, die uns so lange unterdrückt haben. Ich vergesse immer, Kreis zu drücken. Oh, wie äußert. Ähm. Okay. Ach, ja. Ach, ich habe noch gar nicht alle getötet. So, so, so. Ey, das gibt es doch jetzt nicht. Wieso? Wieso kommt... Ich bin zu blöd, zu dem Punkt dazu zu kommen. Wieso wird der Gelb angezeigt? Oh. Kein Wunder, der ich den nicht finden konnte. Neues Ziel aus dem Gebetfien. Ja, ich muss jetzt auf die... Oh. Ah, jetzt darf ich den Rest des Kultes umbringen. Ausgezeichnet. Greifen die mich jetzt alle an, oder war das jetzt nur so ein Zwische-Spacko? Ich denke, es ist gefährlich. Oh, wot, ich glaube... Ich wusste... Hä? Niesen. Aus reiner Überzeugung will ich jetzt hier mal kurz gucken. Okay. Ich muss echt auf die Uhr achten. Ey, wir sind ja schon mal 21 Minuten. Scheiße. Aus dem Gebiet geflohen. Oder noch nicht. Aber jetzt. 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 Aufgabe abgeschlossen. Yeah. Auf jeden Fall Missionen, die ich on-screen mache. Aber die Truhen, da werde ich mit Sicherheit die einen oder anderen... ... ... ... ... ... ... ... ... Die eventuell dann auch Ostgrün machen. Ich denke, das hört sich nach... ... ... ...